Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem kleinen letzten Video in diesem Jahr und ich habe mir mal gedacht, ich möchte mal eigentlich schon lange gerne mal so ein Abschlussvideo machen des Jahres habe es bisher nie geschafft oder ja immer wieder verplant und verzögert und dieses Jahr habe ich mich jetzt fast schon dazu gezwungen weil auch ich heute Abend nicht wirklich viel mache und nicht gerade im Stress bin wie sonst jedes Jahr, sonst habe ich immer was mit Kollegen gemacht aber dieses Jahr ist ja leider nicht möglich ja, aus diesem Grund dachte ich, können wir doch mal eine kurze Zusammenfassung des Jahres machen paar Dinge erklären, erzählen, es soll auch nicht zu lange dauern, wenn ich ehrlich bin und einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr schauen, was ich mir so gedacht habe und wo wir so stehen das ganze ist nicht gecuttet oder nicht gross gecuttet ich habe mir zwei, drei Stichpunkte aufgeschrieben, aber sonst relativ random, so wie man mich kennt und so wie ich immer noch bin ja und dann wollen wir doch einfach mal durchgehen es ist auch so, aktuell, ich möchte gerne mehr solche speziellen Videos machen, wie dieses hier jetzt aber ich komme einfach nie dazu und ich wollte auch schon seit Jahren immer mal wieder einen Adventskalender machen zum Beispiel ist auch so ein gutes Beispiel, auch dieses Jahr wieder und zwar wäre das so die Idee, man kennt es vielleicht von anderen, dass jeden Tag im Dezember ist ein quasi neues Advents-Türchen und dann wird ein anderes Spiel gespielt und ich hätte so eine grosse Steam Library, könnte das noch auslosen, das wäre so die Idee, dass man jeden Tag loszieht und dann dieses Spiel für 20-30 Minuten spielen muss und daraus ein Video oder ein Adventskalender-Video macht ja, da wären natürlich einerseits ernsthafte Spiele dabei, aber auch lustige und etwas verpackte Spiele ja, das wäre schon lange die Idee, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr kann ich mir ja vornehmen, auf nächstes Jahr dass ich das hinbekomme ja, vielleicht gefällt euch die Idee ja auch wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist das ist eines der Dinge und das ist nach wie vor ein bisschen schwer bei mir aber dazu kommen wir dann im Ausblick auf nächstes Jahr das wollen wir mal ein bisschen angehen sag ich mal aber zuerst zu diesem Jahr also wir haben etwa 250 Abonnenten Plus gemacht dieses Jahr stehen jetzt bei 1720 ich danke euch allen viermal die ein Abo-Dahlag gelassen haben dieses Jahr oder auch in den vergangenen Jahren und immer noch dabei sind auch wenn ich dieses Jahr mehr als 6 Monate Pause gemacht habe und nicht da war das war die meisten wissen das wahrscheinlich nicht ich habe den Kanal Mitte März 2015 gestartet und seit da habe ich eigentlich nie eine Pause gemacht die länger war als sagen wir mal 2-3 Wochen also ausser in diesem Jahr da gab es mehrere Unterbrüche und mehrere Pausen und die längste waren auch circa also ja nicht 6 Monate im Stück aber es waren schon mehr als das halbe Jahr war ich nicht da und ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen es war Jahr für Jahr du machst nie eine Pause du bist immer da und es war gerade in den ersten Jahren natürlich sehr hart weil da waren nicht gerade viele Zuschauer da und es war eher so ein bisschen das man lädt hoch man lädt hoch und kriegt nicht groß seine Reaktion und dann in den letzten 2-3 Jahren und ich kann auch euch nennen wann da der Start etwa war und zwar habe ich da Production Lines und danach Simmerport als Let's Play gestartet die erste Staffel und da habe ich erstmal gemerkt dass eine Reaktion kommen kann denn da waren wirklich plötzlich Zuschauer da es ist es klingt jetzt vielleicht blöd aber es war wirklich so und ich habe dann natürlich schnell gemerkt dass ich mich ein bisschen auf das fokussieren sollte deshalb spielen wir aktuell grösstenteils Tycoon Management Simulations Games weil da auch ein bisschen die Nische ist sage ich mal wo jetzt nicht es hat andere natürlich die das auch spielen aber es hat nicht so viele und ich habe ein bisschen Flair dafür die auch ich sage jetzt nicht Profi-Gut mäßig zu spielen aber schon mit einer gewissen Art auch meiner eher ruhigen Art die auch wahrscheinlich euch ein bisschen zusagt so dass da nicht immer rumgeschrien wird oder andere Dinge gesagt werden ja dann hat das so ein bisschen begonnen und seit da habe ich nie eine wirkliche Pause gemacht weil man bleibt immer dran weil sobald man ja nicht mehr dran bleibt dann vergessen einen die Leute dieses Jahr war dann aber ein bisschen anders es war für alle ein bisschen anders dieses Jahr und ich hatte ein bisschen die Sache dass ich halt nicht Kurzarbeit oder entlassen wurde sondern dass ich mehr gebraucht wurde denn je weil viele wissen es vielleicht ich arbeite in der Fahrradbranche aktuell und die hatte natürlich dieses Jahr ein bisschen Aufschwung nur ein bisschen ja und deshalb wurde ich stark gebraucht gerade im Frühling und das hat sich dann ein bisschen weiter gezogen konnte dann im Sommer wieder ein bisschen entspannen ich war aber einfach deshalb gab es da auch mal ein paar Videos dann im Juli es war glaube ich Mitte Ende Juli wo ich mal wieder ein paar Videos gemacht habe aber ich habe einfach gemerkt ich bin zu zu überarbeitet um etwas zu machen denn ich möchte schon Videos machen und mich da auch entspannt fühlen gut dabei fühlen und nicht müde oder ausgelaugt und deshalb habe ich dann einfach für mich entschieden ich muss noch länger Pause machen und mich ein bisschen regenerieren davon in dieser Zeit in der ich regeneriert habe habe ich natürlich selbst wieder ein bisschen mehr Spiele gespielt weil selbst neben den Spielen die ich hier spiele komme ich nicht mehr so wirklich dazu andere Computerspiele zu spielen weil es braucht halt alles Zeit man nimmt ein Let's Play auf dann schneidet man es und lädt man es hoch wartet die Reaktion ab beantworte Kommentare ist da und dort also wirklich es braucht auch Zeit dafür und selbst zocke ich privat nicht mehr so viel und das habe ich in diesem Jahr diesem Jahr dann wieder ein bisschen anders gemacht konnte mich so recht gut regenerieren habe zum Beispiel ich habe Counter-Strike seit Jahren habe ich es wirklich auf Steam aber nie gespielt und ich habe auch dieses Jahr ein bisschen stärker begonnen E-Sport zu schauen auch wenn das Game jetzt vielleicht schon älter ist und nicht mehr den riesen Hype auch im E-Sport hat und es dann doch auch einen Skandal gab mit einer Cheatmässigkeit aber ich habe wirklich auch mal begonnen selbst zu spielen und es hat mich schon ein bisschen reingezogen kam dann jetzt auf 120 Spielstunden circa was natürlich immer noch ja das ist wenig und so aber das ist echt viel für mich weil ja ich spiele immer noch andere Dinge dabei und ähm fokussiere mich nie auf ein Game sehr stark ja das war jetzt nur ein Beispiel davon ich habe noch andere Spiele neu begonnen oder einfach mal ein bisschen für mich gespielt und es hat mir schon gute getan das ist absolut so ja dann kamen wir immer weiter gegen Ende Jahr und ich wusste irgendwann ich will ja wieder beginnen es ist ja nicht so dass ich aufhören will das ist nicht die Sache und wie immer es so ist man schiebt es wieder eine Woche mehr heraus immer mehr und mehr so kam es dann dass es dann fast ja es war am November war schon vorbei glaube ich als ich begonnen habe wieder Skyhaven auf das ich mich lange gefreut habe und das dann endlich mal ein bisschen spielbarer war als zuvor und ja das Feedback kann man sich nicht ausdenken sag ich mal ist sehr schön dass euch das Spiel auch gefällt es ist noch ein bisschen im Anfangsstadion das war aber mit den anderen beiden Flughafenspielen auch so und ich denke das kann es noch gut verbessern wir werden da einfach mal wieder reinschauen sobald es neuen und mehr Content gibt da ja und jetzt sind wir bei AirPods CEO stehen geblieben gegen Ende Jahr das war schon fast Tradition dass wir das im Dezember circa spielen das war jetzt die letzten zwei Jahre glaube ich schon so und auch da gab es neue Veränderungen da gibt es wahrscheinlich aber nicht mehr allzu viel Neues dann in Zukunft werden wir sehen ja das sind so die aktuellen Projekte aktuelle Zeit aktuell es geht mir wieder sehr viel besser ich konnte auch im Dezember dann viel Zeit die ich im Frühling gebraucht habe gekompensieren an Ferientage und so und hatte mehr Zeit die ich aber aktuell immer noch teilweise auch ein bisschen in meine Freizeit investiere auch wenn es man muss schon sagen super unglücklich bin ich nicht dass man sich aktuell nirgends bewegen kann und öffentlich aber es fehlt mir halt schon auch auch wenn ich nicht der Typ bin der jeden Abend irgendwo außer Haus war sonst als noch alles normal war damals sondern ich war schon eher so dass ich halt mal immer einen Abend vor dem PC verbringe zwischendurch ja trotzdem fehlt es mir und ich freue mich natürlich darauf wenn es sich wieder ändert ich denke aber es dauert noch ein paar Monate bis es soweit ist man kann es kaum bewerten aber ja man muss es nehmen wie es ist und noch ein bisschen abwarten es wird schon irgendwann bis dahin können wir natürlich noch ein bisschen weiter gut spielen und man braucht auch keine Ausrede wenn man mal einen Abend zu Hause bleibt oder das ist auch so absolut ja obwohl ich natürlich immer eigentlich das Privatleben vorgezogen habe und YouTube hinten herangeschoben habe das ist schon so so jetzt kommen wir mal also was ich dort sagen kann es haben die anderen YouTuber etwa ihre Einnahmen gezeigt und so wir haben heute nur so ein schönes Bild mit Feuerwerk was ich noch zusammen gebastelt habe sagen wir es mal so und ein bisschen Musik im Hintergrund ich kann euch angeben also es ist natürlich recht ungenau was das angeht es war nämlich so dass in der Zeit wo ich weg war war nicht wirklich wenig Aufrufe da sondern sobald du wir haben ja fast 2.000 oder 3.000 Videos online frage ich mich jetzt gerade selbst einen Moment das muss ich gerade selbst nachschauen ja ich habe über 2.500 Videos online natürlich ist davon nicht von allen die Qualität sehr hoch stellend es ist nämlich noch jedes alte Video auch da wo einerseits die Soundqualität super schlecht war die Videoqualität sehr schlecht und so weiter und so fort aber die habe ich alle offen gelassen die werden natürlich nicht gross geklickt aber ihr könnt euch vorstellen es gibt immer wieder Leute die sich ein altes Let's Play von Simba Port ein altes Let's Play von Production Lines und so weiter anschauen und das generiert halt auch immer Klicks und deshalb man kann nicht mal sagen dass über den Sommer hinweg wenig Klicks da waren natürlich jetzt wo ich wieder aktiv da bin ist es natürlich schon wieder auf einem anderen Niveau so ich möchte aber trotzdem etwa angeben wie viel ich dieses Jahr verdient habe und das ist überhaupt nicht viel oder ich sag mal so übermäßig wie es bei anderen ist es ist aber doch etwas und ich schätze sehr dass es die Zahl erreicht hat und zwar es ist um die 300 Euro die ich dieses Jahr verdient habe ich werde es jetzt hier nicht groß am Screen zeigen sondern es ist einfach so mal gesagt für die die auch nach 10 Minuten noch den Talk zuhören ja diese 300 Euro reichen natürlich nicht unbedingt um all die Spiele die ich kaufe in der Zeit oder all das was ich mir irgendwie anschaffe zu decken und ja ich bin natürlich sehr optimistisch dass das nächstes Jahr noch ein bisschen höher geht ist aber auch so ich bin nicht unbedingt angewiesen dass die Zahl jetzt super hoch ist aber ich würde mich natürlich schon freuen kann ich ja hier jetzt gerade erwähnen wenn ihr den Kanal auch mit einem Kollegen oder so teilt der vielleicht dieselben Interessen hat wie ihr damit der Kanal weiter wächst und zwar ist mir da die Abozahl eigentlich fast schon wichtiger als die die Umsatzzahl oder so die Abozahl bedeutet mir echt viel und dass ich es nur schon so weit geschafft habe ja macht mich schon selbst sehr stolz weil wir hatten mal damals als ich noch unter 100 Abos war es war so eine lange riesige Durststrecke und jetzt zu sehen wie man doch so hoch gestiegen ist also in Ansatzweise für mich hoch ist es schon schön zu sehen ich versuche natürlich mich weiter zu entwickeln auch im nächsten Jahr und einerseits wir haben dann natürlich weitere Spiele die ich wieder mal spielen will oder auf die ich warte dass ich sie endlich mal zeigen kann das zum einen Hotelmagnet wir haben da schon mal eine Demo angeschaut den Baumodus und so und aktuell haben sie jetzt eine spielbare Version die zwar noch nicht Early Access mäßig veröffentlicht ist aber schon mal spielbar da werden wir bestimmt bald mal reinschauen da freue ich mich extrem drauf ein Hotel aufzuwahlen wir haben ja jetzt mit Sim Casino etwas ähnliches in dem Stil sag ich mal dann möchte ich auch wieder mal bei Workers and Resource Soviet Republic reinschauen wenn ich da überhaupt noch durchblicke weil das Game hat so viel Content bekommen in den letzten Monaten es ist auch schon eineinhalb Jahre her seit ich das gespielt habe müssten eineinhalb Jahre sein oder fast zwei bald im Frühling und da hoffe ich dass ich da noch durchblicke wenn ich da ehrlich bin natürlich habe ich immer noch Spiele auf der Wunschliste auf die ich warte oder wir spielen natürlich mal wieder alte Bekannte und was Spezielles habe ich auch noch auf das ich warte dass ich das zeigen kann oder Zeit habe um das zu zeigen denn das wissen die meisten wahrscheinlich nicht außer ein paar wenige weil das Let's Play wird nicht so schlecht geschaut und zwar ihr kennt vielleicht die Wimmelbildspiele wo man ein bisschen durch die Spiele also hat man so wie man jetzt hier sieht ein Feuerwerk und da muss man durchrätseln Sachen Gegenstände finden und dann Türen öffnen um in den nächsten Raum zu kommen da habe ich mal gespielt und zwar die Reihe New York Mysteries gab glaube ich drei Teile habe ich bisher gespielt von denen und es ist vor allem beliebt weil für Leute die das ebenfalls spielen und nicht weiterkommen oder so also es ist eher auch ein Walkthrough als ein Let's Play unbedingt und da habe ich seit zwei Jahren lang oder drei nicht mehr hochgeladen weil es auch kein neues Spiel gab bevor jetzt aber die ganze Sache dieses Jahr ausbrach im letzten Jahr haben die einen neuen Teil gebracht den ich lange nicht gesehen habe ist mir aber jetzt aufgefallen der hat eben auch einen super passenden Namen er heisst nämlich Ausbruch des Virus und es ist jetzt kein Witz das haben die vor dem wirklichen Ausbruch haben die das Spiel veröffentlicht also es hat keinen Zusammenhang mit diesem Jahr aber das möchte ich auf jeden Fall mal noch bringen weil das gehört zu meinem Kanal dazu und ja ich denke das könnte cool werden da würde ich dann auch mal die Facecam wieder mal aktivieren wie bei den Livestreams weil das würde da eigentlich optisch ein bisschen passen sage ich mal und auf das könnt ihr euch auch freuen ich muss noch schauen wie ich das Ganze mache weil das ist dann ja wie man das Ganze aufzieht das habe ich damals noch auf eine sehr einfache Art und Weise geschnitten da habe ich einfach vier Stunden am Stück gespielt und habe dann in 15 Minuten Parts durchgeschnitten etwa so kann man sich das vorstellen ja was ich auf nächstes Jahr auch habe ich habe mich entschieden ich habe Mitte Jahr ein bisschen freizügiger sage ich mal mein Leben zu gestalten habe dann wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten was meine Zeit angeht und ich werde mal schauen wie ich das dann manage aber ich denke davon wird auch mein Kanal hier profitieren und wir werden ja ich werde mehr Zeit haben in Content zu investieren und damit auch die Videos zu verbessern wo ich aktuell noch ein bisschen anstehe und immer noch ein bisschen überlege ist die Art wie man das macht weil wenn ich so ein bisschen auf YouTube schaue oder auch auf das Gaming Zeitalter was wir aktuell sind sowieso dann sind Livestreams sehr beliebt und auf YouTube werden von den grösseren Gaming Creators sage ich jetzt mal vor allem Zusammenschnitte von Games gezeigt oder ein zusammengeschnittenes Let's Play gezeigt und ich mache ja aktuell immer noch ein Start-Stop-Let's Play mehr oder weniger ohne dass da was gecuttet wird ohne dass da gut das möchte ich auch nicht unbedingt so Special Effects reingebracht werden oder ihr kennt es ja von anderen bestimmt und ein bisschen verbessern möchte ich mich da schon weil es hat schon was dass sowas eher weniger gefragt ist weil ich natürlich auch mal auf eure also allgemein zu all den Dingen die ich jetzt im Video sage wenn ihr dazu eure Meinung schreiben möchtet seid ihr herzlich willkommen eingeladen zu welchem Thema auch immer ich jetzt gerade diskutiert habe und das ist einfach ein bisschen ein offener Dialog ich bin da noch am Überlegen da ist noch nichts entschieden auf jeden Fall was mir vorschweben könnte dass ich in Zukunft ebenfalls mehr Live-Streamer Games komplett streamen und danach aus diesen Streams gecuttete Folgen schneide das wäre so ein bisschen was ich mir überlegt habe ich muss es aber noch also es wird noch fünfmal überdenkt oder noch mehr weil man da natürlich wiederum mehr Zeit braucht was ich ja gerade gesagt habe habe ich eventuell auch aber es ist auch Management von allem möglichen und es muss natürlich am Schluss auch funktionieren also das ist schon so so sollten natürlich die Folgen interessanter werden aber es darf auch nicht zu viel rausgeschnitten werden und ich versuche ja die Spiele jeweils so zu spielen dass ich immer auch etwas zu tun habe in den Folgen aber es es gibt halt schon so Bereiche in den Folgen wo nichts passiert oder wo man an einem System rumgrübelt wie es funktionieren könnte oder man es nicht hinkriegt und diese Parts werden dann nicht in den Videos vorhanden quasi ja wenn wir da bei den Livestreams sind da wird wahrscheinlich also ich werde das wenn ich jetzt das streamen würde werde ich das nicht auf YouTube streamen denke ich oder nicht auf diesem Kanal weil es keine gute Kombination ist wenn man gleichzeitig Videos hochlädt und streamt und das noch dasselbe ist dann macht man seinen Kanal eher kaputt damit also das kenne ich von anderen die das gemacht haben aus Erfahrungen ist einfach so ist leider traurig aber wahr und für mich ist halt als Livestream Plattform schon Twitch eigentlich die Nummer 1 die erste Anlaufstelle und wir werden sehen eventuell werde ich da einen Twitch Account eröffnen und den halt von YouTube her ein bisschen boosten weil was ich nicht möchte und deshalb habe ich bisher immer auf YouTube gestreamt auch bei Twitch nochmals bei 0 beginnen weil da ist die Konkurrenz natürlich auch sehr gross plus zusätzlich wenn ich jetzt so sagen wir mal so ein Airport CEO spiele auf Twitch dann bekommt das halt 0 Retention weil das ja auch nicht auf der Startseite ist der Spieler also da müsste schon danach gesucht werden oder so weit runter gescrollt dass man das überhaupt findet und deshalb ist schon die Idee dass ich dann schon meine Zuschauer von YouTube mitnehme auf Twitch und so einen leichteren Start habe für das muss aber auch wiederum die Zuschauerzahl stimmen das ist natürlich selbst erklärt also das das ist halt so ein bisschen der Haken daran für mich ist Twitch halt einfach besser weil man hat da den Chat mit dem Bild kann man im Vollbildmodus anschauen ohne Probleme was auf YouTube nur mit Zoomen geht der Seite dann ist Twitch viel viel mehr geöffnet was so Plugins und Third Party Dinge angeht also ein Chatbot wir haben ja zum Beispiel auf YouTube auch ein Chatbot gehabt wenn ich gestreamt habe der ist aber viel eingeschränkter als wenn der der gleiche Bot auf Twitch funktionieren würde also gewisse Dinge gehen einfach nicht auf YouTube und es ist allgemein ein bisschen komplizierter dann sind natürlich auch die Monetarisierungsarten also Twitch bietet die Werbung wenn man Partner ist natürlich dann die Abos Geschenkabos Bits und die Donations aber die gehen ja nicht über Twitch das sind alles Dinge die da vorhanden sind die auf YouTube ja auch sie haben es ja mittlerweile auch ein bisschen also Kanalabo nee nicht Abos sondern die Kanalmitgliedschaft heisst es genau könnte ich übrigens auch aktivieren finde ich einfach fast sinnlos also bringt es nicht unbedingt dann haben wir Super Chat und Super Sticker was ein bisschen die Bits ersetzen soll ist jetzt aber auch nicht so das Mega Feature und was halt auch noch cool ist jetzt an Twitch seit neuestem die Kanalpunkte wo man jetzt auch noch Wetten abschliessen kann und so also sie machen halt einfach viel mehr für Live Streaming weil sie nur das sind mehr oder weniger und das ist halt schon die bessere Plattform ist auch euer Feedback bisher immer schon gewesen warum ich denn nicht da auf Twitch streame das ist eigentlich eher der Grund gewesen weil ich wenn ich jetzt da gestreamt hätte beim sagen wir mal beim 500er ich habe ein 500er Abostream gemacht zum Beispiel übrigens alle Livestreams findet ihr auch auf meinem Kanal es gibt dazu eine Playlist da könnt ihr alle nachschauen sind nicht so viele bisher sagen wir es mal so auf jeden Fall wenn ich da den 500er Stream auf Twitch gemacht hätte dann hätten sie einfach von den Leuten die zugeschaut haben hätte es noch weniger mitgekriegt weil du einfach ja die Plattform wechselst und deshalb muss ich mir da schon im Klaren sein so jetzt haben wir aber genug gequatscht von dem ehrlich gesagt aber das war ein bisschen das sind aktuell meine Überlegungen und da stehe ich und da ist noch nichts entschieden ich muss aber auch erst mal schauen wie das Jahr läuft ich würde mich natürlich freuen wenn wir da weiter wachsen auch auf YouTube das sind eben wie ich gesagt nicht nur die Klickzahlen sondern auch die Abozahl auch wenn es natürlich schön ist mittlerweile wenn fast jedes Video 100 Klicks hat oder noch mehr natürlich freut mich das was natürlich auch immer sehr relevant ist ist die Watchtime also wie lange das Video geschaut wird und da muss ich halt auch da wäre halt das auch wieder optimierter wenn weniger weniger geraten wird oder gewartet oder halt zum Beispiel was bei Skyhaven nicht gerade so positiv war dass der Endscreen eine Minute lang ging oder fast eine Minute das schaut sich nicht jeder jeden Tag an und YouTube entscheidet dann anhand von dem wenn das nicht immer so voll angeschaut wird dann wird man nicht empfohlen oder so bisher muss ich aber sagen kann ich da eigentlich zufrieden sein was nicht nur den Abo-Feed angeht aber auch die Startseite es kommen sehr viele Klicks auch von der Startseite rein von euch das kann ich nachverfolgen so gesehen also nicht wer sondern einfach die Gesamtzahl und da funktioniert eigentlich noch alles soweit wenn wir schon dabei sind was ich auch da beplant habe das machen mittlerweile auch einige dass es also wie ihr seht ich mache das nicht so dass ich immer am Anfang des Videos oder am Ende des Videos und euch hinweise dass ihr ein Abo dalassen könntet oder ein Like geben oder einen Kommentar ich finde das ein bisschen zu zu aufgedrückt und es ärgert mich teilweise wenn ich andere Videos dazu schaue wo ich genau weiss ah die erste Minute die muss ich skippen weil da kommt ja eh nur immer das gleiche was ich schon hundertmal gehört habe so gesehen deshalb versuche ich das ein bisschen spontan zu machen mal am Anfang mal am Ende mal in der Mitte mal gar nicht mal fragen um ein Abo mal um ein Like mal einen Kommentar mal eine gemischte Sache das ist einfach so ein bisschen ich versuche das ein bisschen so zu machen dass es spontaner und freundlicher rüberkommt sage ich mal was dazu auch noch ist das möchte ich wirklich machen so eine Einblendung wo man den Like sieht und die Glocke die aktiviert wird das haben ja einige mittlerweile das ist auf jeden Fall auch mal auf meinem Programmpunkt was da auch noch ist ist dass ich mal ein neues Kanal Hintergrundbild suche das wird auch noch kommen das ist auch schon längst überfällig also wirklich das ist schon so ja also ihr seht es ich habe ein paar Dinge geplant man muss sich auch immer die Zeit nehmen und ich muss mir selbst wie jetzt bei diesem Video mich ein bisschen unter die Nase klemmen dass ich es auch mache und durchziehe weil man kann das Leben auch anders leben sage ich mal das versuche ich ja auch teilweise ja das sind so die Dinge Grossziele die ich mir vornehme für das nächste Jahr ich habe eines welches ich nicht verraten werde welches ein sehr hochgestecktes Ziel ist und wenn wir es schaffen dann werde ich es dann natürlich verraten das wird aber erst im Herbst der Fall sein also es entscheidet sich im nächsten Herbst ob wir das geschafft haben oder nicht die Tendenz und die Chancen stehen bei ich sage mal 5% so circa also sehr tief es kann aber auch ganz anders laufen ganz klar das ist ein grosses Ziel die kleinen Ziele habe ich jetzt gerade ein bisschen aufgezählt also dass der Kanal mal ein bisschen neuen Look bekommt dass wir eben vielleicht ein bisschen mehr Content der attraktiver ist haben ich möchte auf jeden Fall bei zwei Videos pro Tag bleiben circa maximum 3% weil mehr Mitteilungen kann YouTube nicht raussenden pro Tag nebenbei aktiviert bitte die Glocke ne ist schon gut das haben wir übrigens ich kann sehen wie viele Prozentpunkte die Glocke aktiviert haben und da stehen wir bei einem sehr guten Wert also es sind wirklich glaube ich 18% haben die Glocke mit allen Benachrichtigungen aktiviert und ich glaube 27% nur mit den einfachen Benachrichtigungen und das sind sehr gute Werte also YouTube gibt da auch maximum 20% oder deren 30% vor die die anderen haben deshalb sehe ich mich da sehr gut wo wir ein bisschen hinterher hinken ist die Anzahl Aufrufe der Abonnenten und der Nicht-Abonnenten da sind es teilweise nur 25% die ein Abo dargelassen haben die auch einen Aufruf machen so aber man fühlt euch nicht belästigt durch dieses Gequatsche ich weiss es ist nur ein bisschen ein paar Einblicke wer das interessiert der darf das Video natürlich ganz komplett schauen wer es nicht so interessiert der muss es ja nicht schauen sag ich mal ja das ist so die Sache und ich bin auch ein bisschen also als kleiner Creator sollte man auch gute Statistiken und so anschauen aber auch da wenn ich mal reinschaue dann kann ich kaum aufhören rumzuklicken weil man kann wirklich sehr viel machen und die haben das auch ein bisschen überarbeitet aber ich mache es halt einfach auch wieder zu wenig und zu wenig oft das ist halt so die Sache ja das ist so das ich hoffe ihr habt ein ganz schönes Jahr auch wenn wir ja alle ein bisschen eingeschränkt waren ihr könnt das Jahr gut abschliessen und freut euch irgendwie darauf auch auf das nächste man hat so das Ziel am Ende in Sicht es dauert nur noch ein paar Monate irgendwann mal wieder ja bis dahin bleibt gesund auch heute Abend haltet euch gut und wir hören uns wieder in einem anderen Video auf dem Kanal im nächsten Jahr ich danke euch vielmals nochmals für den Support dieses Jahres auch wenn ich nicht da war dass viele wieder zurückgekehrt sind eine Call to Action habe ich noch in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu meinem Discord Channel ich habe einen kleinen Discord Channel der halt auch dieses Jahr sehr vernachlässigt wurde und der auch noch auf Vordermann gebracht werden muss und ein bisschen mehr interessante Dinge braucht auf jeden Fall wenn ihr noch einen Slot habt auf eurem Discord Account dann dreht es durch dem noch bei kostet natürlich wie immer nichts was zum Beispiel da drin ist ist ein Upload Plan der leider auch nicht immer gut geplant ist aber das ist so meine da sieht man meine Vorstellung wann welches Video kommen sollte ob es dann auch so kommt ist teilweise nicht immer nicht immer vorberechnet ich habe mich aber auch ein bisschen davon getrennt dass jeden Tag unbedingt ein Video kommen muss und ich mich immer an den Plan halten muss sondern ich habe es schon ein bisschen locker genommen dass ich mich auch nicht zu überspanne sage ich mal weil es gab ja auch immer wieder Leute und YouTuber die darüber berichten dass sie Burnout kriegen oder ausbrennen ausgeschlachtet sind nicht mehr können und ich möchte nicht da reinkommen und man sollte sich da schon ein bisschen abhalten das ist wirklich krass was einige leisten gerade auch was Streaming angeht jeden Tag 12 Stunden zu streamen zum Beispiel das ist wirklich hart also um nebenbei noch ein Business zu machen auch wenn ich es jetzt selbst nicht so erlebt habe bisher mein längstes Stream war glaube ich sechs Stunden oder so aber das ist halt schon eine Belastung auf Dauer ja sonst ich wünsche euch allen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen es wieder bis dahin habt einen schönen Abend und tschüss bis jetzt bis jetzt auf seh ändern Untertitelung des ZDF, 2020